So what do you think was the lower By like that could be anything Only one way to find out We wait what I tomorrow morning if the fever set in will know if she's gonna turn in the meantime, we can lock her in the shed Oh nöööööööööööhh Nicht wegspirren It needs to get cleaned and stitched and bandaged The curl is in bad shape, Carlos Wir haben all diese Sachen in der Kappen. Wir könnten wahrscheinlich bei dir... Algen, bitte! Aber ja, wir können nichts tun. Ich bin nicht verletzt, auf einen Lurker-Bite. Wenn es sich so, dass du die Wahrheit erzählst, ich versuch's und stich's für dich für dich in der Morgen. Aber... Entschuldigung. Das ist das beste wir werden. Finger auf die Trigger, son. Ich bin dein Vater. Nicht so sein, Mann. Es ist alles gut. Der Junge hat seine Mutter's temper. Komm schon. Müssen wir unbedingt... Das ist nur ein Verbrauch von Zeit. Du wirst sehen. Und wenn sie sich rüberkommt, ich werde nicht diejenige, die den Schiff zu schützen. Es war ein Hund. Du wirst sehen. Ich glaube, wir werden in der Morgen herausfinden. Wenn ich so lange dauere, ... 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 nichts und hier muss auch was drin sein bitte ich dachte gerade das Loch so das klebeband? eine fishing line komm schon verlobne nicht ich brauch diesen hammer da oben ich komm da jetzt nicht an okay 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 ich kann nichts machen hier oh was ist das da? ich will das Glas haben oh wow okay hammer ich habe doch ein Loch in der Wand gesehen easy 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 okay reingehen kann ich nicht wieder okay ich werde jetzt noch nicht bewacht wie es aussieht okay so Tür Fenster Fenster Tür Fenster nachgucken es Ja, können wir nicht machen, oder? An Lukes Fenster würde ich tappen, ja. Ne, öffnen möchte ich das eigentlich ungern. Obwohl, ich glaube, das ist das einzige Fenster, wo ich ran tippen kann, ne? Ja, scheint so. Einmal auch so rumgelaufen, alles klar. Oh. Heh heh. Geheimvik, maybe? Hammer. Bitte zieh das Brett wieder davor. Dein Ernst, Clementine! Will ich denn überhaupt die Trap eröffnen? Muss ich, wie es so aussieht. Hammer ist zu laut, glaube ich. Guck! Fuck! Aber es ist offen. Mach's halt noch obwieseler, obwieseler, offensichtlicher. Ja. Ja, genau. Whoever she's with, they'll probably come looking for her. Great. They show up and we've got her locked in the shit. You think we should bring her in here? No, I'm just saying it wouldn't look too good. It's just a precautionary measure. Anyone else would do the same. You really think Carver would come after us? You think he wouldn't? Fuck! Ich glaube, er hat uns gesehen, oder? Hat er uns gesehen? Ich hoffe nicht. Das ist gar nicht laut. Bedroom? Bathroom? Bedroom? Bedroom? Ja. Oh, ich hoffe, das war kein Fehler. Hm. Shh. Du hattest nicht hier sein. Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. What are you reading? A book. What book? I like books. It's called the Gurgles. It's about trans-dimensional body snatchers. Cool. Cool. What happened to you? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. Your dad didn't care if it hurt or not. He's willing to let me die. That's not true. Has he let people die before? Well, I... I don't know. Not on purpose. I don't know. You can help, you know. I need something to clean it with. Bandages. And I need to sew some of it up. It's too deep. My dad says we're out of real bandages. But I know where to get something to clean it. That's what this applies. I'll help you. Good. Thank you. Oh. I'm Sarah. It's okay. I'm Clementine. We're friends. Right? We can be best friends. I haven't met another girl my age since way before. It's hard to be the only girl, you know? Rebecca is okay, but she's old. And that's it. And if her baby is a girl, it'll be forever before she's old enough to, like, be my friend. And then I'll be super cold. Yes. We are friends. Promise? It's important. Friends have to trust each other, no matter what. Do you promise or not? I'll see you in a way too much older than we are. As Clementine. Three years or so? The stuff my dad uses when I get a cut. Let me look around. I think this is it. That'll work. You can't do it here, though. Someone will find you. Don't worry. I won't. Thanks, Sarah. Ich muss das ja eigentlich im Bathroom machen, ne? Ich muss das ja eigentlich im Bathroom machen, ne?